Und trotzdem mag ich diesen Ort. Dieses mittelalterliche Bauwerk hat so eine gewisse Mystik, finde ich. So, schauen wir mal, ob wir den Deckel öffnen können. In der Mitte des Platzes ist ein Kanaldeckel. Ich frage mich, ob es unter der Straßenebene noch etwas Wichtiges zu entdecken gibt. Das kann ganz gut sein. Da schnappen wir uns doch gleich mal unser Werkzeug und schauen mal, ob wir das nicht aufmachen können. Hey, hey, Sie! Was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort! Was? Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg! Trink du mal dein Sauvignon und, äh, ja, keine Ahnung, sauf dich unter den Tisch. Penner! Können wir noch nicht mal den Kanaldeckel öffnen? Hm, dann müssen wir wohl den Polizisten dort weglocken. So, ist es jetzt egal, wo wir hochgehen? Hier oder da? Nehmen wir mal hier hoch. Oh! Das ist ein Gefühl. Was ist das? Da war doch eben irgendwas. Hier. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. Ich stelle mir all die Leute vor, die im Laufe der Jahrzehnte dort gesessen haben. All diese Pariser Hinterteile. Die festen Pobacken der jungen Damen. Das schwabbelige Fleisch der alten Männer. Das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich geistig lieber zurück zu den jungen Damen. Wow! Baah, alte schwabbelige Männerärsche. Ähm, ja George, dann setz dich doch auch mal hin. Dann können wir dieser Bank einen Arsch gutschreiben. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Och, das ist schade. So, dann, wer ist das hier, Pater? Ein Priester steht an den Bänken und poliert hingebungsvoll an irgendetwas herum. Er poliert an irgendetwas herum? Sag mal, das ist ja widerlich. Das ist schön. Ein freundliches Gesicht. Dann erzähl mal etwas über das Dreibein. Oh ja, das stimmt. Da sagt er mal was Vernünftiges. Na, ist das ein Edelstein oder was? Er ist wunderschön, Monsieur. Und trotzdem... Ich fühle, dass ihn irgendwie eine Leidensaura umgibt. Huh. Was halten Sie hiervon? Ein Druckärmel und ein Ventil. Was soll ich davon halten? Ist schon gut. Auf gar keinen Fall. Äh, nein. Was, nein? Ich habe hier einen Gully-Deckelheber. Ah, oui. Ich spiele mit dem Gedanken, den Shake and Shock bei ihm anzuwenden. Aber das könnte ich einem Priester nie antun. Hier ist etwas Schminke auf diesem Tuch. Ui, da haben Sie recht. Ich habe eine rote Nase. Ui, jetzt, wo Sie sagen... Der hat sie nicht mal gezeigt. Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? No. Ich habe ihn noch nie gesehen. Okay. Er weiß ja nicht besonders viel. Ich war vor kurzem in Irland und habe diesen Gips mitgebracht. Meine Schwester hat sich ein Schillelack mitgebracht. Was? Schillelack? Was ist das? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast sechs Monaten. Pater Flambert? Das klingt wie so ein... Wie so ein französischer Käse, oder? Gib mir eine Portion Flambert. Den kann ich entflammen. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt. Nur sehr wenig. Wozu bist du denn überhaupt hier? Vielleicht um irgendwas zu polieren? Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Aui. Alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Ach, jetzt sehe ich es erst. Er hat ja irgendwas in der Hand. Einen Kerzenständer. Den hat er poliert. Okay. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von Ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons. Kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kässer Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Okay. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Au revoir. Und polier ruhig weiter. Ähm, ja. So viel hat er uns jetzt gar nicht sagen können. Was ist das denn für eine Statue? Oha. Oha. Das Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause soll, wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Okay, ein kleiner Riss. Ich weiß nicht, ob wir uns den noch zunutze machen können. Wiederum, glaube ich, müsste erst der Priester weg. So, was haben wir hier? Krämer. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier. Die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen, muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Tja, wer weiß. Ich nehme es einfach mal an. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Käsekästchen. Da kriege ich ja direkt Hunger hier. Können wir das Fenster öffnen? Irgendwie sieht es moderner aus als das daneben. Ja. Ja, jetzt wo du es sagst. Okay, also noch Treffen hier auf keinerlei Infos. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Okay. Da geht nichts. Wir schauen uns mal nochmal diesen Haarriss an. Und kombinieren mal, was wir da eventuell reinstecken können. Ja, Sinn machen würde jetzt gar nichts von allen. Das Kanalwerkzeug glaube ich mal eher nicht. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Ich probiere einfach mal. Ja, hier. Ja, das war mir schon klar. Gut, ich denke, wenn da überhaupt was reingesteckt werden muss, werden wir das, denke ich, auch noch finden. So, haben wir neue Optionen bei dir, Pater... Pater... Habermas, einen guten Tag, Pater. Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ah. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui, ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Ja, immerhin. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Somit blieb ein geschichtliches Monument erhalten. Okay, hier können wir erstmal gar nichts tun, glaube ich. Schauen wir mal bei dem anderen Aufgang entlang. Oder gucken mal, ob wir hier noch irgendwas untersuchen können. Obwohl, wir probieren mal nochmal, ob was Neues zu reden gibt. Hallo, Monsieur. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Gut. Bei den Clown denke ich auch nicht. Was soll der schon wissen? Tagchen. Oui. Was wollen Sie diesmal? Ne, alles okay. Bis später. Au revoir, Monsieur. Okay, hier in den Hinterhof kommen wir nicht rein. Einen Kaffee können wir uns auch nicht bestellen. Dann gehen wir einfach mal hier hoch. Hä? Okay, alles klar. Wir führen also alle Wege in die Kirche. Das ist ein bisschen egoistisch, finde ich. Aber so kommt man wenigstens nicht dran vorbei. Der einzige Anhaltspunkt, den wir jetzt eigentlich nur noch haben, ist dieser Kanaldeckel. Und irgendwie ist der Polizist im Weg. Moment. Er sagte irgendwas mit, wenn ich die rote Nase trage, ist das irgendwie komischer, als wenn ich sie nicht trage. Moment. Moment. Ich habe eine Idee. Tagchen. Oui. Was wollen Sie diesmal? Ähm, wir wollen noch mal jonglieren, ne? Probieren, ne? Mit der Nase, ne? Ich möchte bitte noch mal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle, bitte. Wenn Sie sich voll entsplamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Okay, genau so. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. So, wie war das? Oh, da klatschen sie auch noch. Der Jonglier ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut aus Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne an Bord zu sagen. Ja, so einfach geht das? Und geht wutschnaubend fort. Hey, du hast da was verloren. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen. Hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm. Langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Okay. So manche Erinnerungen kommen dann doch teilweise zurück. Gut, dann hat das ja geklappt. Das Publikum ist immer noch da. Wir geben jetzt hier keine Vorstellung mehr. Ähm, Kaffee kriegen wir sowieso nicht. Aber jetzt haben wir den Eintritt in die Katakomben gesichert. Und die Katakomben, ich weiß echt nicht, was hier unten ist. Aber wir werden es gleich sehen. Und schon wieder steigen wir hinab in ein dunkles Loch. Oh! Das kommt uns doch bekannt vor. Wie in den Pariser Abwasserkanälen am Anfang. Was haben wir denn hier? Wenn ich tiefer in diese Katakomben eindringen will, dann über diesen Pfad. Wenn das diesseitige Ende nicht abgebröckelt wäre, hätte ich leicht rüberspringen können. Ja, schade, dass wir den Clown nicht bei haben. Den könnten wir da reinschmeißen und dann drüberlatschen. Das wäre dann auch noch so eine Art Humor. Okay, was haben wir hier? Ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Das ist ein Phantom der Oper. Ja, okay. Eine Winde, okay. Das kommt mir jetzt überhaupt nicht irgendwie bekannt vor. Was haben wir hier? Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Oh, das ist nicht gut. Was haben wir hier? Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Templier und irgendwas mit Unschuld, äh, okay. Und hier? Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Ja, der Galgen. Oder so. Ach du meine Güte, hier wurden sie alle gehängt. Wir können hier irgendwie in das Boot rein, irgendwie weiterfahren. Ähm. Der Haken ruht auf der Kette. Der Haken ruht auf der Kette. Okay. Können wir den irgendwie nehmen? Nö. Scheint nicht so. Hä? Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Hä, Georgie! Können wir den Haken jetzt? Nee, auch nicht. Okay, gehen wir mal hier hinten lang. Huh! Ach du meine Güte. Ist das irgendein Zeichen? Wollen die echt hier gehängt? Die Tür ist hübsch gefertigte Handarbeit. Hübsch gefertigt? Mit Totenkopf? Also, ich kann mir da echt Hübscheres vorstellen. Ist jemand da? Ja. Ich drücke gegen die Tür, aber sie scheint abgeschlossen zu sein. Ja, das haben ja Türen so an sich. Ich will da gar nicht hinter. Ich will da gar nicht rein. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Oder können wir da irgendwas reinstecken vielleicht? Der knallrote Ball, den ich von diesem Jongleur bekommen habe. Bekommen habe. Ja, den du... Ja, den hast du geschenkt bekommen. Stimmt. Ähm... Stecken wir einfach mal irgendwas rein da. Hä? Habt ihr denn das Ziehngeräusch? Moment. Was soll das bedeuten? Bähähähähähäh. Den Diamant vielleicht? Nein. Okay. Das kommt mir jetzt auch überhaupt nicht bekannt vor. Hm. Na gut. Im Endprodukt muss ja irgendwas mit den Haken sein. Auch wenn wir den Haken irgendwie nicht anfassen können. Ich denke mal, wir nehmen ihn erstmal raus. So. Nehmen können wir ihn nicht. Können wir das mit irgendwas verbinden? Nein. Ähm, das würde auch nicht so wirklich Sinn machen. Nein, das Dreibein würde da wohl nur kaputt gehen. Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Diese Mauer ist in einem schlechteren Zustand als die andere, die ich untersucht habe. Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Der Putz ist hier viel schlechter erhalten als in den anderen Bögen. Warum wohl? Ja, das... Ich nehme mal an, dass da irgendwas hinter ist oder irgendwas kürzlich eingemauert wurde. Können wir das irgendwie aufquetschen? Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Hey, das klingt hohl. Ich habe ein Loch in eine historische Fundstätte gemacht. Wenn jetzt zufällig irgendwelche Archäologen vorbeikämen, dann würden sie mich dafür lünchen. In der Wand ist ein Geheimmechanismus versteckt. Mit einem Hebel in der Mitte. Ein Geheimmechanismus? Und ab die Post. Die Geheimtür klemmt. Ich passe nicht durch den Spalt. Ich ziehe den Hebel ganz rüber. Ich ziehe den Hebel ganz rüber. In dem Loch sehe ich eines der Zahnräder. Es hat sich gelockert und blockiert den Mechanismus. Ähm. Ach, jetzt können wir den Haken auf einmal nehmen. Dann stecken wir doch da mal den Haken rein. Ruhe. Ruhe, Gewalt! Okay, kommt hier. Ah! 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 So ist schön. Kennt man George eigentlich so gar nicht. Aber was hilft, das hilft. Oh man, ich weiß gar nicht, ob ich dahinter möchte. Ich speichere mal lieber vorher. Hier irgendwo. Okay. Huh! Der Türmechanismus ist Schrott. Ja. Da könnte nur ein Schmied oder Ingenieur noch etwas retten. Ja. Mann, habe ich die Türe aber gründlich ruiniert. Ja! Hast du gut gemacht. Das Bild kommt mir jetzt doch wieder bekannt vor. Aber ich habe keine Ahnung. Können wir hier runter? Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein. Okay. Am Anfang war das Ende. Mit einem Ende mit unserer Feinde Hand begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das Ende unserer Feinde wird unsere Neuebeginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etat-Kürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund über alter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Ach, wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle, unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... Also, dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? Eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pygrim. Pygrim war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmarn zu beschützen, als die Haschaschen ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Haschaschen. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich... Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben. Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor. Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle? Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Na ja, da sind wir uns zur Zeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran. Und Sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquet war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. Ich wollte nicht. Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte, ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Das hier wird unser letztes persönliches Zusammentreffen bleiben, bis wir das Schwert von Baphomet gefunden haben. Ich muss ja hoffentlich nicht betonen, wie wichtig es für uns ist, das Schwert zu finden. Ohne es wird unsere ganze Mühe umsonst gewesen sein. Mit dem neu geschmiedeten Schwert aber haben wir die Macht, allen Widerstand hinwegzuwischen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann um uns zu den Prinzen dieser Welt zu machen. Wow. Prinzen dieser Welt. Aber nicht, solange George Stoppard hier das Geschehen lenken kann. Bin über ein Treffen einflussreicher Führer aus Militär, Wirtschaft, Regierung und Bildungselite gestolpert. Habe den Akademiker wiedererkannt. Er war schon im Hotel Ubo. Er hat dort Vulkan beobachtet. Ja, Boss Großmeister. Ja, hier. Also, das ist echt erschreckend, was sich hier auftut, oder? Eine kleine Versammlung, die sich selbst die Tempelritter nennen und wollen hier alles wegwischen und alles radikal verändern. Aber nicht, solange wir das Geschehen lenken können. Und trotzdem, die sich hier auftut, oder? Ich will. Ich will. Ich will. Vielen Dank.